Der Polizei über die Schulter schauen. Diese Gelegenheit haben jetzt Interessierte gehabt, nämlich im Zuge der Aktion Gemeinsam Sicher, da hat es wieder die Coffee with Cops Week gegeben. Und Ziel dieses Projekt ist es, die Polizistinnen und Polizisten in gemütlicher Atmosphäre bei einem guten Kaffee etwas näher kennenzulernen und somit wird auch der Austausch zwischen den Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung gefördert. Coffee with Cops ist eine Initiative, die darauf abzielt, die Beziehung zwischen der Polizei und der Gemeinschaft zu stärken. Bei diesen Veranstaltungen haben Bürger die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre mit Polizisten bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen. Coffee with Cops gemeinsam sicher mit unserer Polizei, was steckt denn eigentlich hinter dieser Initiative? Die Initiative, gemeinsam sicher mit unserer Polizei, ist vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden. Die Initiative wirkt darauf ab, dass negative Entwicklungen vorab schon abgefangen werden und mit Bürgerinnen und Bürgern hier eine Lösung gefunden werden kann oder sollte, dass die negativen Entwicklungen, dass hier eine Lösung gefunden wird. Wie wichtig ist denn eigentlich für euch auch als Polizisten der Kontakt zur Bevölkerung so im Losen? Der Kontakt zur Bevölkerung, zu den Bürgerinnen und Bürgern ist uns natürlich sehr wichtig. Hier hört man immer wieder Problemstellungen heraus und man kann gemeinsam mit ihnen noch eine Lösung finden. Jetzt findet diese Aktion ja schon das dritte Mal statt. Was brennt denn eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern sonder den Nägeln? Mit welchen Anliegen kommen die vorbei? Ja, die Anliegen sind durch die Bank verschieden. Einige Bürgerinnen und Bürger kommen mit privaten Anliegen, erzählen von ihren Enkelinnen und Enkeln, von ihren Söhnen und Töchtern. Und einige Bürgerinnen und Bürger kommen aber auch mit Problemen in der Arbeit oder im beruflichen Sinn, in der Freizeit und wie gesagt quer durch die Bank. Die Polizei nutzt diese Gelegenheit, um Informationen auszutauschen und Fragen der Bürger zu beantworten. Die Polizei ist sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger zu beantworten ist, dass die Bürgerinnen und Bürger zu beantworten ist.